Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frage-Antwort-Video. Walt Schult hat gefragt, wie es eigentlich aussieht, bezugnehmend auf das Lippeneinrollen-Video. Wie sieht es eigentlich aus mit Stütze, Zungenposition und Luftfluss? Und er hat absolut recht, letztendlich geht es ja um ein ganzes System. Das heißt, wir haben viele Stellschrauben, an denen wir arbeiten können, damit das System am Schluss am besten funktioniert. Lippeneinrollen war nur eine Idee, einpunkten dieses System. Natürlich kommt Stütze, Luftfluss, Zungenposition, Luftgeschwindigkeit und so weiter dazu. Also wir trainieren unseren Körper, damit es eben auf der Trompete funktionieren kann. Was ist unser Ziel? Wir wollen höher spielen, wir wollen auch ausdauernder hochspielen können. Das hat natürlich viele Faktoren, wie zum Beispiel die genannten. Aber was ist letztendlich das Ergebnis? Natürlich ein guter Klang, eine gute Intonation und dementsprechend natürlich auch ein ökonomisches Körpergefühl. Also wir müssen natürlich nicht nur einmal einen hohen Ton irgendwie erreichen, sondern wir möchten natürlich idealerweise auch länger in diesem Bereich spielen können oder immer wieder in diesem Bereich spielen können. Wenn ich jetzt hohe Töne spiele, ich nehme einfach mal C3 bis E3 und wieder zurück, merke ich ganz deutlich den Zwerchfallmuskel im Bauch. Also die meiste Spannung, ich merke richtig, wie unten dieser Muskel arbeitet im Bauch, habe ich dort. Ich spüre auch, wie die Luft fließt. Also das geht sehr, sehr scharf, wie ein Strahl geht die Luft hier raus. Und ganz am Schluss, und das eigentlich gar nicht zu stark, merke ich die Ansatzmuskulatur, die Lippen. Und am stärksten merke ich den Bauch. Das war jetzt in dem Fall auch wieder so. Also ich möchte natürlich nicht nur einmal da hochspielen und dann ist der Ansatz hinüber, dann bin ich platt und fertig für den Abend, sondern es geht ja darum, dass wir unseren Körper trainieren, Körper stärken. Und da muss ich halt trainieren. Stütze, Stützimpuls. Den mache ich mir bewusst, indem ich zum Beispiel mal mit der Hand, ich mache die so, in den Bauch, in die untere Bauchkante da unten reindrücke und dann leere ich mal das Wasser aus. Und du wirst merken, da kommt ein Stützimpuls zustande. Also, das muss ich trainieren. Das Kraftwerk unten, das hat wahrscheinlich Kraft ohne Ende. Unser stärkster Muskel im ganzen Körper. Die Muskulatur hier im Mundbereich, die wird wesentlich schneller müde. Also baue ich mein Trompete-Spiel doch auf der Bauchmuskulatur anhand von diesem Stützimpuls auf. Was bewirkt der? Letztendlich, dass die Luft rauskommt. Und da kann ich natürlich steuern, kommt die Luft schnell raus oder kommt sie langsamer raus. Dementsprechend muss ich da ein Gefühl dafür entwickeln. Dann habe ich die Zunge als Zwischengeschaltet zwischen der Lunge bzw. der Ansatzmuskulatur. Also hier kann ich dann auch, wenn es nach oben geht, in eine vorwärts aufgerichtete Position die Zunge bringen. Tai, Tai. Man merkt richtig, wie die Zunge nach vorne macht. Tai, I, I. Also J und I. Tai, I. Und die geht nach vorne, oben. Was kommt als nächstes? Die Lippenmuskulatur. Also mein Ansatz muss stabil sein, vernünftig angesetzt an der Lippenmuskulatur, damit ich eben nicht ins Lippenrot einsetze. Da muss jeder individuell aufpausen. Oder du fragst deinen Lehrer, das ist natürlich auch jederzeit möglich, eventuell Ansatz umstellen, ganz klar. Und dann kommt noch das Lippen einrollen. Das hilft uns sowieso in der höheren Frequenz immer. Denn wir haben weniger Lippenmaterial, was schwingt und dementsprechend kriegen wir auch die höheren Töne raus. Also nach oben gehen bis zum E, F und so weiter und so fort. Sollte dann auf jeden Fall gut zu trainieren sein. Starte immer auf deinem Level und baue es nach oben aus. Also du kannst auch jederzeit auf G, A, A in der Lage trainieren. Oder auch wenn bei dir unten zum Beispiel das F ein kritischer Ton ist. Pass die Übungen und dein Trompete-Training an deine Leistung an. Und versuche mit der Technik auch ein Stück weit drüber zu gehen. Nicht permanent, immer wieder. Damit du eben trainieren kannst. Also man muss schon drüber gehen und nicht immer nur in seinem Bereich, in seiner Fähigkeiten spielen. Weil dann wirst du dich nicht verbessern. Du wirst deinen Bereich stabil spielen können und den auch stabilisieren können in dem Training. Aber du musst auch immer wieder drüber hinaus gehen. Also da auf jeden Fall brennen und dranbleiben. Weil schließlich ist Trompete spielen ein Leistungssport. Also wir trainieren unseren Körper, damit es eben auf unserer Trompete funktionieren kann. Deswegen immer wissen, was müssen für Stellschrauben trainiert werden. Damit eben diese Punkte, die ich gerne verbessern möchte, auch besser werden. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Volt, ich hoffe ich konnte dir deine Frage beantworten. Beziehungsweise Stellung beziehen zu den einzelnen Punkten. Und du hast natürlich absolut recht. Es sind viele Punkte beteiligt, damit es oben gut funktioniert. Wir als Trompeter müssen uns um jeden Punkt kümmern. Und diese Videos sollen dir dabei helfen. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Lass am Ende noch ein Like und ein Abo da. Das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete-Spielen. Bis dahin. Ciao. Euer Nico. Euer Ich f Save me. Euer Nico. Untertitelung des ZDF, 2020